Wenn ihr eins meiner letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich die Apple Vision Pro jetzt seit ein paar Tagen in meinem Besitz befindet. Ich bin auch immer noch sehr happy damit, spiele immer noch sehr viel damit rum, probiere viel damit aus, versuche die wirklich in meinen Alltag zu integrieren, um einfach mal zu gucken, was kann das dann wirklich sein. Aber die kommt auch mit relativ viel Zubehör, hier mit dieser Schlafkappe, dieser Schlafmaske, dann ein USB-Kabel, dieses Netzteil ist noch dabei und das braucht man auch unterwegs, weil also zwei Stunden Akkulaufzeit maximal ist jetzt okay für so eine Brille, das kriegen ja andere auch noch nicht viel besser hin. Allerdings, wenn man länger unterwegs ist, dann muss man halt eben zwischendurch auch mal laden oder wenn man irgendwo stationär in der Bahn oder im Flugzeug sitzt, dann kann man das ja eh anschließen und dann muss man gar nicht irgendwie nochmal nachladen, sondern hat immer einen vollen Akku. Dann ist dieses Dual Headband dabei, ihr seht, ich habe das auch gar nicht benutzt, weil ich mit dem Solonit echt zufrieden bin momentan und für mich, für meinen großen Schädel, das ganz gut funktioniert. Aber wenn es eben dann länger ist, will man das ja vielleicht auch dabei haben, das heißt, es muss auch irgendwo hin. Man will natürlich auch sein sehr exklusives Vision Pro Poliertuch dabei haben und eben, was man noch so braucht. Und es gibt ja diese Tasche von Apple, dieses runde Ding, was so aussieht wie so eine NASA-Tasche so ein bisschen und ja, ich finde die auch sehr gut. Mir gefällt die aus irgendeinem Grund, aber 219 Euro finde ich dann doch schon ganz schön heftig. Klar, das Ding hat auch 4000 Euro gekostet, kann man sich jetzt darüber streiten, aber in dem Fall ist es mir das nicht wert, weil die ist echt groß und ich glaube, wenn du die in den Rucksack packst, dann ist der Rucksack auch voll. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gucke erst mal, was es noch so auf dem Markt gibt. Und es gibt natürlich alles an Taschen, die eben die Vision Pro und so weiter beherbergen können für, ja weiß ich nicht, 30 bis 50 Euro und die sind wahrscheinlich auch alle recht gut. Aber dann habe ich was gesehen, was mir irgendwie gefallen hat. Und zwar habe ich diesen von, oh Gott, Amaze Ear oder so heißt die Firma, ich verlinke euch das unten, könnt ihr euch gerne mal anschauen, diesen Koffer hier gekauft. Das ist jetzt kein richtiges Pelikan-Case oder so, aber es ist ein Hartschalen-Koffer, der erstmal einen ganz guten Eindruck macht, soweit würde ich sagen. Ich finde den optisch ganz schick, also der ist so grau, schwarz, orange, das passt alles so sehr zur Vision Pro, haben sie gut gemacht, finde ich. Und der bietet einiges an Stauraum, zumindest soll das so sein. Ich habe den jetzt hier seit 2 Tagen zu stehen, ich habe noch nicht reingeguckt, weil ich auf dieses Video warten wollte. Deswegen hoffe ich, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie ärgern werde. Das Ding kostet 99 Euro, ist natürlich auch recht teuer, aber ey, es ist ein Koffer und wahrscheinlich geht hier sogar noch ein bisschen mehr rein als in diese Apple-Tasche. Ich muss aber auch dazu sagen, das wäre nicht das erste Mal, dass ich so ein Apple-Zubehör-Ding erstmal nicht so gut finde und mir das dann irgendwann später doch kaufe. Ich finde es ja gut, aber ich will es mir jetzt einfach nicht kaufen. Kann natürlich passieren, dass ich das trotzdem irgendwann mache, wer weiß das schon so genau. Und apropos Zubehör für die Vision Pro, ich habe mir gedacht, ich muss mir ja nicht alles kaufen, ich kann mir auch ein paar Sachen drucken, zum Beispiel diese Halterung hier für die Batterie mit so einer Drehbahn-Klemme, mit so einem Drehbahn-Ding dran, dass man sich das irgendwie, ja, die vielleicht Pullover-Tasche oder Hosentasche machen kann, weil ich habe festgestellt, es ist gar nicht so praktisch, das Ding manchmal in der Hosentasche zu haben, weil so lang ist das Kabel manchmal auch nicht und wenn man dann so ein bisschen rummacht, also das irgendwie woanders festzumachen zu können, ist echt gut und das Modell macht auf jeden Fall gut was her. Akku passt super rein. Und aktuell drücke ich mir noch so einen Standfuß hier, das habe ich so ein bisschen in so einer schwarzen Optik, ein bisschen mit so Holzfarben im Filament gemacht. Hier oben kommt nochmal so ein Teil drauf und dann kann man die dann rauflegen, hier den Akku schön reinlegen, das klebt man alles so ein bisschen zusammen. Also man kann sich da auch, wenn man einen 3D-Drucker hat oder jemanden kennt, der einen hat, auch ein bisschen selber behelfen und muss da jetzt nicht alles kaufen. So, aber nun, ich habe da noch nicht reingeguckt, ich lasse mich jetzt überraschen, wir gucken mal hier vorne. Ich glaube, das ist noch zu, es hat hier zwei so Verschlüsse. Ist das jetzt zu? Ne, jetzt ist es offen. So, und wir machen mal auf. Ah ja. Okay, das ist von oben jetzt ein bisschen schwierig. Hoffentlich ist es nicht zu dunkel, aber es sollte gehen. Von vorne sieht man mich jetzt erstmal nicht mehr, das ist aber auch erstmal nicht so schlimm, denn wir gucken jetzt von oben rein. Ihr seht, relativ viel ausgespart hier, das heißt, wir kriegen hier einiges rein. Was mich als erstes überrascht, ist, dass hier einiges dabei ist. Und zwar haben wir hier eine, ja, so eine softe Tasche. Ich wüsste jetzt gerade ehrlicherweise nicht, wofür. Vielleicht für so ein paar Sachen, weil es ist ja jetzt hier nicht so viel drin, wo man irgendwas reinschmeißen kann oder so. Dann haben wir, ah cool, das wusste ich auch nicht. Hier ist wirklich viel zugehört dabei, das staune ich jetzt aber gerade. So einen Linsenschutz, das finde ich allerdings ganz cool. Denn, ja, sicher ist sicher. Die Vision Pro ist teuer genug. Dann haben wir hier noch so Stoffklettkabelbinder. Auch hier ist der Firmenname, Amazier, keine Ahnung, wie die sich aussprechen. Dann haben wir hier ein, okay, sehr langes, also ich würde sagen mindestens zweieinhalb Meter oder sowas. Oder vielleicht sogar länger, keine Ahnung. USB-C-Kabel, 240 Watt sogar. Also, wenn das was taugt und wenn das wirklich 240 Watt sind, sehr, sehr cool. Also, wirklich cool. Schön, dass sowas dabei ist. Auch so geflochten, also fühlt sich auf jeden Fall nicht billig an. Ja, ist schon mal gut. Das wird jetzt kein High-End-Kabel sein, aber wenn es den Akku auflädt irgendwie und ich vielleicht mir sogar eins der beiden Kabel sparen kann. Und es ist ja vielleicht sogar cleverer, dass man das längere Kabel dabei hat. Da bin ich eigentlich zufrieden. Und dann haben wir hier noch was. Und zwar ein Zettel. Ah, okay. Cool, das mache ich mal weg, weil das finden wir gleich mal zusammen raus. Tüte kommt auch weg. Hier ist noch ein Poliertuch drin. Da nimmt man natürlich das richtige Vision Pro Poliertuch. Ist ja wohl klar. Und dann hier noch so ein Schaumstoff-Ding. Das habe ich jetzt gerade auf diesem Zettel gesehen. Für was das ist, das zeige ich euch gleich. Also, wir gucken mal jetzt. Also, wir haben hier sehr viel ausgespart. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Vision Pro an sich an. Denn die kommt ja ziemlich wahrscheinlich hier irgendwie rein. Und da passt sie auch schon mal sehr gut rein. Jetzt ist natürlich das Interessante oder das Wichtige, ob das auch mit dieser Schlafmaske hier passt. Weil die will man natürlich drauf haben. Ja, passt auch. Das Solo-Band, das drückt sich so rein. Super. Man kann hier reinfassen, um sie rauszuholen. Oder man zieht einfach an den Band hier. Das haben sie schon mal gut gelöst. Dann haben wir noch die Batterie. So, die Batterie kommt hier, oder den Akku, wie auch immer, kommt hier rein. Hier ist so eine Mulde. Und das Coole ist, hier ist noch eine Mulde. Das bedeutet, ich kann da noch eine zweite Batterie, also, wer sich für 200 Euro eine zweite Batterie kaufen will, kann das natürlich gerne machen. Ich glaube, hier nimmt man die, glaube ich, raus an diesem kleinen Loch hier mit so einem Simi-Jack-Tool. Und dann kann man das Kabel einfach tauschen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ist bei der anderen Batterie auch noch wieder so ein Ladekabel mit dabei? Ich glaube schon, oder? Das wäre ja irgendwie sonst dumm. Da braucht man ja gar nichts tauschen. Dann muss man das einfach nur hier reinmachen. In meinem Fall würde ich jetzt sagen, ich lege die mal hier so rein. Die passt auch gut in die Kuhle hier rein. Also, die verschwindet nicht ganz, aber ich glaube, das muss sie auch nicht. Sonst kriegt man sie nachher wieder schwieriger raus. Ja, also, hier würde auf jeden Fall noch eine zweite reinpassen. Die Frage ist dann nur, wo die Kabelei hingeht. Die würde ich jetzt in meinem Fall einfach hier reinstopfen, solange ich keine zweite Batterie habe. Ich vermute mal, dass es für eine zweite Batterie ist. Also, es sieht eh nicht aus. Wir können ja mal gucken, ob die zweite Batterie hier rein... Ja, würde genauso passen. Also, wird schon für zwei Batterien sein. Wie gesagt, wo dann das Kabel hinkommt, das muss man dann nochmal sehen. Auf jeden Fall alles auch sehr fest hier drin. Da labert nichts rum. Das ist schon mal sehr gut. Okay, dann ist, glaube ich, das hier fürs Netzteil. Und das ist, glaube ich, bei der deutschen Vision Pro ein kleines Problem. Denn die englische oder die amerikanische Version hat ja dieses mit diesen ausklappbaren Steckern hier dran. Das muss man dann wahrscheinlich irgendwie so machen. Ne, so passt es nicht rein. So. Dass es dann irgendwie so drin ist. Äh, ja, das Ding muss man halt hier noch irgendwie mit verstauen. Das ist schon mal weniger cool. Da wäre es irgendwie cooler gewesen, wenn sich viele deutsche Versionen einfach einen Auslass reingemacht hätten. Obwohl, das passt ja hier so gar nicht rein. Okay, ja. Also, entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch. So vielleicht noch. Also, ich glaube, so ginge es auch noch. So kann man es, glaube ich, auch noch machen. Ah, der Koffer geht zu. Ist jetzt nicht das Leichteste. Aber es geht. Und, ja, ein bisschen Sorge, dass das hier aufs Leitziel drücken würde. Aber ich glaube, es tut es nicht. Also, so könnte man es machen. Obwohl es halt eben an sich noch tiefer reingehen würde. Wir machen es mal ab und gucken mal, ob wir das irgendwo verstaut bekommen. Wenn alles drin ist, was wir drin haben wollen. Jetzt hätten wir natürlich noch diesen Lissenschutz hier drauf machen können. Der wäre dann natürlich auch weg. So. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Aussparungen. Und die erste, ihr seht hier schon diesen kleinen Kreis unten drin. Und das finde ich sehr gut. Hier kommt nämlich dieser doppelte Boden gleich reingelegt. Aber dieser kleine Kreis ist für den AirTag. Das heißt, wir packen hier einen AirTag rein. Und dann ist das hier auch noch überwacht. Und sollte das jemand entwenden, dann sieht er das durch diesen doppelten Boden nicht sofort. Ich glaube, ich hatte sogar noch irgendwo AirTags. Warte mal kurz. Habe ich ja gewusst. Immer mal eine frische Packung AirTags da haben. Schadet nichts. So, dann machen wir die mal auf. Koppeln kann ich den ja später noch. Wir wollen jetzt erst mal sehen, ob das alles passt. So, packen wir hier rein. Und passt perfekt. Verschwindet genau in dieser kleinen Mulde da. Und jetzt legen wir hier unseren doppelten Boden drüber. Und wenn man die Ecken so ein bisschen runterdrückt, das sieht kein Mensch. Also, da muss man erst mal drauf kommen. Zumal man das auch relativ schwer rausbekommt. Also, ohne das hier ein bisschen zu knicken, kriegt man das gar nicht raus. Sehr, sehr cool, dass das schon mal geht. Dann haben wir hier noch so eine Aussparung. Eine etwas größere, wo man sich jetzt vielleicht auch fragt, für was ist das denn? Da kann man jetzt natürlich irgendwie noch was reinmachen. Man kann hier irgendwie sein Kabel reinlegen. Und man kann hier noch dieses Netzteilchen reinlegen. Und noch Zubehörzeug. Gedacht ist es aber eigentlich dafür, eine Powerbank da reinzulegen. Und ich hoffe sehr, dass meine Anker-Powerbank da reinpasst. Weil von der Form sieht das so ähnlich aus. Ich gucke mal, weil das wäre eigentlich ganz cool, die immer dabei zu haben. Weil, ich zeige es euch. Das hier ist sie. Das ist das Modell, keine Ahnung, Anker Prime. Irgendwas vom letzten Jahr oder so. Habe ich auch im Video dazu gemacht. Hat über 27.000 mAh Kapazität. Damit würde ich den Akku auf jeden Fall schon mal ab und zu versorgt bekommen. Und passt quer sehr gut rein. Also, so längs. Nicht hochkant. Also, nicht mit dem Display nach oben. Sogar voll. Stornig, ja. Hier rein. Kann ich hier reinlegen. Und wir gucken mal, kann man da noch was drunter machen vielleicht? Auf jeden Fall ist die hier drin sehr gut geschützt. Da passiert gar nichts. Die rutscht halt genau da rein. Deswegen würde ich wahrscheinlich nichts drunter machen erst mal. Sondern würde sie einfach erst mal lassen. So. Und da kann man ja immer noch was drauflegen. Und das hier ist für den anderen Kram. Also, jetzt nehmen wir noch das Kabel mit. Also, ehrlicherweise, dem Platz her würde ich wahrscheinlich eher dieses kleine Kabel hier mitnehmen. Weil das irgendwie, das hier ist zwar nett. Also, wahrscheinlich auf längere Reisen oder so, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Wenn ich das mitnehme, dann haben wir hier noch das Ding. Und dann ist ja noch ganz wichtig, hier unser Solo-Loop. Und ich glaube, ich muss das jetzt mal aus einer Verpackung hier befreien. So, dass man das vielleicht nochmal irgendwie einen Ticken knicken kann irgendwie so ein bisschen. Und dann passt das hier, das kann man sicherlich schöner machen, dann passt das hier auch noch rein. Guck mal so. Zack, USB-Kabel, Netzteil. Und dann sind wir fertig. Dann ist alles im Koffer drin. Jetzt muss man nur noch zugehen. Geht wunderbar zu. Schloss vor. Und dann, guck mal. Da bewegt sich nichts drin. Ist alles safe. Und kann so mitgenommen werden. Klar, ist auch größer und jetzt nicht das Handlichste. Aber ich sag mal so, wenn du wirklich alles dabei haben willst, was du brauchst, wenn du ein paar Tage weg bist. Oder, ja, Handgepäck im Flieger. Gut, da hat man vielleicht auch ein paar wichtigere Sachen dabei. Weiß ich nicht. Das aber, für mich ist das eine gute Lösung. Und ich kann die auch hier drin ganz gut aufbewahren. Ich habe einfach ein bisschen besseres Gefühl, wenn das Ding hier liegt, also wenn das Ding jetzt runterknallt, da wird hier drin nichts kaputt gehen. Das ist halt so ein bisschen, vor allem jetzt das Gerät ist neu, muss man da noch so ein bisschen, achtet man da noch ein bisschen mehr drauf. Ich würde sagen, ich kann euch das Ding eigentlich empfehlen, wenn ihr sagt, ihr wollt 100 Euro ausgeben, könnt 100 Euro ausgeben für sowas. Dann finde ich das eigentlich ziemlich gut hier. Der Griff ist auch ein bisschen gummiert hier und so, dass sich das ein bisschen besser trägt. Also völlig okay. Ich bin eigentlich ganz happy damit. Wie gesagt, vielleicht werde ich mir noch eine kleine Tasche holen. Wenn man mal irgendwie zum Kumpel fährt und das Ding mitnimmt, dann muss man ja nicht immer gleich das große Geschirr hier auffahren. Da kann man ja auch schnell die da reinschmeißen. Wenn der Akku voll ist, zur Not, ja, nimmt man noch einen USB-Kabel mit oder so, dann ein Netzteil wird man schon irgendwo finden. Es muss ja nicht immer die Powerbank und alles mit dabei sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr noch Fragen zu Vision Pro habt oder ob ihr auch eine habt. Und ob ihr euch auch irgendwie eine Tasche oder einen Case oder so gekauft habt. Und schickt mir gerne aber nochmal eure Empfehlungen für kleinere Taschen in die Kommentare. Dann werde ich sicherlich da auch nochmal zuschlagen und mich da noch ein bisschen ausstatten. Und wenn ihr Fragen zu den 3D-Drucken habt, die ich hier euch gerade gezeigt habe, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare. Und wer da Hilfe braucht beim Drucken, weil er vielleicht keinen Drucker hat oder so, der kann sich gerne melden. Dann, ja, kriegen wir das schon irgendwie hin. Wie gesagt, der Koffer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist ein Affiliate-Link, wenn ihr darüber was kaufen solltet, verdiene ich ein bisschen mit, obwohl der Preis für euch nicht höher wird. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns alles spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.